Ja, ich glaube, weil es auch so eine Seelenverwandte ist, die auch so anpackt und so, die so dabei ist und einfach so sagt, die Dinge werden so und so gemacht, die man, glaube ich, sehr, sehr radikal ist, also die so klar ihre Meinung auch äußert, aber ich glaube, für den ist es schon interessant, weil die am Anfang so echt, also auch so ein bisschen abwehrend ist. Und ich glaube, für ihn ist das natürlich gefundenes Fressen, also so Beuteschema, das zu knacken, ist schon, glaube ich, einfach interessant.